Hey Kinder und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde im Let's Play Assassin's Creed Syndicate. Ah, da gibt's was zu erledigen. Tut mir leid. Lauft einfach weiter, kramp. So ist fein. So, wir wechseln gerade den Charakter, weil das soll eine Sneaky Mission sein. Wir müssen mal wieder Kinder befreien. Oh, warte mal, wir haben... Okay, wir haben ja diesmal deutlich, deutlich mehr. Warte mal, da haben wir grad die Chance wieder zu töten, ohne dass es einer mitbekommt. So, wie machen wir das doch auch glatt? So, bei ihr ähnlich. Da oben ist nichts mehr. So, dann haben wir hier noch eine Piste. Na ja, die ist drin. Ja... Muss nur nicht... Wollen wir oben rum rein? Das richtet sich halt an, ne? Oh, cool. Wir stehen gut. Wir stehen richtig gut. Doppelattentat, und... Doppelattentat, und... Okay. Dann werden wir mal hier hoch und suchen. Und hier oben einen Eingang. Und hier ist keiner. Hmm, das ist natürlich ein bisschen gut. Ich sollte meine Hunde mitbringen, um euch anzutreiben. Ein kleiner bisschen die Waden wirkt manchmal wunder. Warte mal. Okay. Es scheint mir leider kein Blue-Footer-Eingang hier zu sein. Aber... ... 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